Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorene Tag. Es gab vor längerer Zeit mal einen Rocker namens Bill, der von allen auch der geile Bill genannt wurde. Eines Tages machte er mit seiner Harley Davidson auf der berühmten Route 66 eine Spritztour. Dabei sang er immer wieder das gleiche Lied. Ich bin der geile Bill und ich ficke, wen ich will. Daraufhin erblickt er am Straßenrand eine per Anhalter reisende Nonne. Er hielt mit einem lauten Quietschen neben ihr an, worauf diese fragte, ob er sie ein Stück mitnehmen würde. Der geile Bill, der gerne hin und wieder auch mal ein Kavalier war, dachte sich, naja, für eine gute Tat bin ich doch immer bereit. Sie hockte sich hinten drauf und es ging weiter. Mit der Zeit vergaß der gut gelaunte Mann, dass er Begleitung hatte und er sang wieder. Ich bin der geile Bill und ich ficke, wen ich will. Im folgenden Moment tippt ihn die Nonne auf die Schulter und fragt, Oh, können Sie das eventuell auch mal mit mir machen? Der geile Bill war zwar zunächst einmal etwas verblüfft, weil er mit so einem Wunsch bei der Nonne nicht gerechnet hatte, Dann aber dachte er sich, naja, gut, wenn du heute schon eine gute Tat vollbringst, Bill. Wieso dann nicht noch eine zweite? Er hielt neben einem Gebüsch und beide stiegen von der Harley, um sich danach hinter dem Gestrüpp zu vergnügen. Der geile Bill wollte gerade seine Hose herunterlassen. Da meinte die Nonne, Ach, könnten Sie das bitte von hinten machen? Dann kann ich dabei an den lieben Gott denken und beten und um den Erlass meiner Sünden bitten. Der geile Bill dachte, Ach, das ist schon okay. Wenn das fromme Mütterchen es so will, dann gehen wir die Sache eben von hinten an. Die ganze Aktion dauert ungefähr eine halbe Stunde und danach fuhren sie weiter. Das Wetter war herrlich, die Straße war frei und so sang Bill erneut. Ich bin der geile Bill und ich ficke, wen ich will. Plötzlich fängt die Nonne an mitzusingen. Ich bin der schwule John und verkleide mich gern als Nonn. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöht deine gute Laune um mindestens 400%. Und das war es Untertitelung des ZDF, 2020